hallo meine freunde leo hier für euch mit dem thema zwei sachen die ich bei youtube übertrieben unmännlich finde also zunächst mal dass ich so oft über solche sachen wie unmännlich männlich sprechen und so das ist eine art überkompensation auf die fehlende männlichkeit hier im westen also weil es hier keine männer keine frauen gibt ist jetzt auch extrem ausgedrückt natürlich gibt es männer und frauen aber es gibt keine gelebte männlichkeit es gibt keine gelebte weiblichkeit ich meine wenn ich mit breiten schultern entspannt rumlaufe gucken mich die leute so an was ist das für ein assi so als wenn es mein mann sein ist in deutschland asozial so krass mann sein und deswegen werden die menschen schwul ja ich übertreibe ein bisschen weil ich drauflos rede so aber juckt mich nicht das muss so ein bisschen freestyle und lebendig sein und nicht so wie ich habe mir vorher irgendwas gedacht bruder denkt mir das so vorher auswendig aus so und dann lern das auswendig denkt mir das vorher aus lernen das dann auswendig so seht ihr jetzt denke ich mir das auch gerade aus bla wo bin ich stehen geblieben bruder es ist zehn vor zwei werk zehn vor zwei nachts und mein gehirn funktioniert nicht mehr ganz so gut aufgrund dieser tageszeit aber voll bock video zu machen bruder ja dings ich wollte eigentlich so das video nennt zwei sachen die ich bei youtube übertrieben schwul finde aber das letzte mal wo ich einen titel benutzt habe sachen die ich übertrieben schwul finde dings wird mein video gesperrt hammerhart egal zwei sachen die ich bei youtube richtig unmännlich finde werek los geht's sache eins diese übertriebenen überschriften diese clickbait überschriften so dann muss ich immer so an schwule drama queens denken die weiß ich nicht einer wird von der mücke gestochen und die schreiben o vom auto überfahren mäßig so egal ganz ehrlich diese nutten weil die verkaufen die machen show die verkaufen wahrheit für was für klicks für aufmerksamkeit alles fähig bruder sagt doch sachen so einfach so wie die sind muss nicht übertreiben übertreiben einfach so wie es ist verhältnismäßig ja weil wisst ihr naja scheiß drauf geht jetzt zu lang sonst das video aber die zweite sache die ich übertrieben schwul finde in youtube ist so wenn menschen herbelange drum herum reden also die weiß ich nicht da ist zum beispiel so eine krasse sache da steht so eine überschrift kampf das und das und das und das wird gesagt und dann reden die pisser zehn minuten und sagen dann hier das und das hab ich ganz am ende so auf jeden fall extra diese so schwule auf die folter spannen und extra diese ich empfinde das als respektlos wisst ihr das ist zum beispiel wo ich so verkaufsgespräche hatte da wollten menschen sowas andrehen ist ja okay so können die handel machen aber die erzählen mir etwas und ich will eine ganz konkrete sache wissen ich will nicht diese tausend sachen von deren ganze präsentation wissen ich will nur eine sache wissen ich frage die und die sagen warte 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 ich komme sofort da noch dazu und reden mit hausagen wirst du mich verarschen sagt mir jetzt das was ich wissen will fick nicht meine aufmerksamkeit mit deinem ganzen laberflash weg so und das ist auch eine sache von männlichkeit weil die sagen guck mal pass auf im handel ist so eine ideologie mäßig ja ihr seid gut wenn ihr die menschen manipuliert ihr seid gut wenn ihr die auf die folter spannt ihr seid gut wenn ihr diese show macht und das interessant und langsam diese spannung aufbaut wie ich so als man ich sage das ist respektlos wenn ich etwas wissen will entweder du sagst mir ist oder du verpiss dich aus meinen augen so jammern so ich habe glaube ich alles gesagt was ich sagen wollte da sind die zwei sachen die ich übertrieben schwul bei youtube finde aber wenn ich das in die überschrift poste wird das video wieder gesperrt also scheißegal wieder anal bis ich komme ich bin der arschweg man das ist der arschweg song und er geht da 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 die old school leute wissen bescheid aber wie auch immer tschüss und bleibt alle gesund und so